Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Um Martin Freisel gibt es ja aktuell viele Gerüchte. Zum einen ist ein Abschied durchaus möglich, zum anderen sucht Schalke wohl einen neuen Keeper und bedingt durch den Trainerwechsel von Gramotzes hin zu Büskens gab es ja auch einen Wechsel auf der Torwartposition oder auf der Torwarttrainerposition besser gesagt von Simon Henssler als Nachfolger von Will Kort. Und da gab es auch wiederum Gerüchte, dass möglicherweise Ralf Fährmann als Hensslers langjähriger Schützling wieder eine neue Chance erhalten könnte. Freisel merkte nun aber an, dass er gar keine Bedenken hatte, dass eben Henssler in die Torwartfrage voreingenommen reingehen wird, weil es Henssler gar nicht hat aufkommen lassen. Zudem lobte auch der österreichische Schlussmann seinen neuen Torwarttrainer. Simon Henssler hat mir von Anfang an das Gefühl gegeben, dass er neutral eingestellt ist und weiterhin nach Leistung aufgestellt wird. Ich habe schnell verstanden, warum mir der Ruf vorauseilt, einer der besten Torwartern der Deutschlands zu sein. Natürlich ist aber auch klar, dass die Zusammenarbeit zwischen Simon Henssler und Martin Freisel möglicherweise nur noch bis zum Sommer bestehen wird, denn Freisel hat sich in der ländersche Pause, wie er auch schon mal angerissen hat, auf jeden Fall grundsätzliche Gedanken gemacht über seine Zukunft. Ich habe die aktuelle Woche genutzt, um für mich ein Profil zu erstellen. Ich habe klar strukturiert, welche Länder oder Klubs in Frage kommen können und was ich möchte oder nicht möchte. Kurz gesagt, ich habe mich selbst kategorisiert und geschaut, wie ich mich definiere und wo ich hinpassen könnte. Und ganz wichtig, weil es noch lange nicht fix ist, auch Schalke passe definitiv in sein Profil, sagt der 28-Jährige, der aber auch nach eigenen Angaben auch noch über weitere Optionen verfügt. Dass auch bislang noch keine Gespräche mit Schalke über eine Verlängerung stattgefunden haben, ist für den auf die nächsten Aufgaben fokussierten Keeper gar kein Problem. Zumal das generelle Feedback von Vereinszeit auf jeden Fall auch stimmt. Ich spüre große Wertschöne seitens des Klubs und vielleicht will es der Verein auch erstmal anschauen, wie ich mich unter unserer neuen Torwart-Trainer-Philosophie entwickle, so Freisel. Und Freisel hat auch einen klaren Plan, wie es in seiner Karriere weitergehen wird. Ich habe mir vorgenommen, die letzten 10 Jahre meiner Profi-Karriere bei einem und demselben Klub zu spielen. Ich will auf hohem Niveau spielen, bis ich 42 bin. Sprich, 4 Jahre hat jetzt Freisel sozusagen noch, um sich ein bisschen herumzutreiben. Und dann will er auf jeden Fall spätestens einen Klub finden, wo er noch 10 Jahre bleiben kann, bis er dann seine Karriere mit 42 beenden möchte. Eure Meinung zu Martin Freisel? Geh mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf. An alle Schalker. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.